Das ist ein reinrassiger Pyrenäenberghund. Er ist zwei Jahre alt, mit Stammbaum. Der ist sanft wie ein Lamm. Gehorchst aufs Wort. Das wäre jetzt so gut wie nie. Ja, aber haben Sie nicht was Kleineres, Kompaktes? Papa, Papa, bitte den hier. Wie sagten Sie Eisdell? Ramses. Ist das nicht ein hübscher Name? Jeder weiß, dass Papa dich fickt. Aber was keiner weiß, ist es. Ich sehe, es dir gefällt. Es gefällt dir, hm? Hahaha. Das ist ein Hübscher Name. Hahaha! Ay chillt. judges sind es in dercenung.